Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier bei Sekiro Shadows Die Twice. Lange Zeit ist nichts passiert, was dieses Projekt angeht. Lange Zeit habe ich hier nicht weiter gespielt. Warum es zu einer Pause kam, habe ich im letzten Video beschrieben. Das hatte auch bei mir so ein paar andere Gründe gehabt. Jetzt sind wir hier aber erstmal soweit durch und also durch damit, dass ich kein Sekiro spiele. Und jetzt will ich dieses Spiel eigentlich gerne zu Ende bringen. Ich habe ein paar neue Projekte im Kopf, die ich starten will. Ich kann jetzt aber nicht einfach jeder Spiel abbrechen, was ich mal angefangen habe. Ein paar Sachen muss man auch zu Ende spielen und Sekiro, hier sind wir ja nun wirklich dem Ende eher nahe. Deswegen lasst uns das hier fertig machen. Ich überlege nun gerade, wo müssen wir als nächstes überhaupt hin. Ich weiß das glaube ich noch. Da war nämlich auch ein kleiner Bosskampf. Und deswegen lasst uns das mal abchecken. Da vorne liegt die Festung des Innenministeriums. Schaltet sie aus. Und es gibt immer noch Ashina-Burg. Hier wollen wir zwar gar nicht hin. Hier will ich mich nur eigentlich am nächstbesten Punkt will ich mich hier wegporten. Also eigentlich will ich hier gar nicht sein. Ich habe ja schon längst in einer früheren Aufnahme-Session den nächsten Ort gefunden, an dem ich jetzt sein will. So. Und zwar reisen wir... Äh... Ne, schon Ashina-Burg. Genau, Ashina-Talsperre. Da müssen wir als nächstes hin. Da muss ich auch einem Bosskampf bestehen. Oder einem Mini-Bosskampf. Mal schauen, ob ich das in dieser Folge hinkriege. Ich bin null eingeübt. Ich habe schon seit Ewigkeiten keinen Sekiro mehr gespielt. Habt ihr die alle geprüftet? Das habe ich. Mist, wie ging das nochmal? Mist, man konnte dem doch irgendwie entkehnen. Wie ging das nochmal? Ähm... Man musste einen bestimmten Move dafür machen. Okay, man kann sich auch einfach hier sein Superschwert benutzen. Aber wie ging dieser eine Move nochmal? Dieses Auf-der-Schwert-Treten. Kann ich das nochmal irgendwo nachlesen? Gibt es da nochmal irgendwo eine... Gibt es da nochmal irgendwo nochmal eine kleine Anleitung? Ah, das habe ich mich voll vergessen. Und zwar... Wartet mal... Das war... Ähm... Ne, das war es nicht. Genau, der Mikiri-Konter. Ah, genau. B, wenn ein feindlicher Stoßangriff... Eintrifft. Ich meine, ich kann ihn natürlich auch einfach mal so machen, wie man ihn macht. Bedeutet... Er hat ja nur drei Techniken drauf, ne? Ich muss mich... Ich muss einmal drüber springen, den Mikiri-Konter machen und einmal... Äh... Zurückweichen. Das sind ja sozusagen diese drei Techniken. Da muss ich ja zum Beispiel zurück... Nee, da muss ich... So. Oh, Mann. Boah. Aber er ist halt doch echt ganz schön... gerissen. Fuck. Hm. Ich muss ja diese Techniken einmal so ein bisschen drin haben... Bei ihm. Also, Mikiri-Konter... Ich glaube, der ist auch gar nicht so... fucking schwer. Ich habe halt auch nicht ewig viele von diesen Konfekten. Vielleicht kann man sich hier wieder irgendwo langziehen oder so. müsste ich mal den Bereich mal so ein bisschen... eher kontrollieren. Okay. Fuck it. Boah, fuck. Boah, nee, ne? Ah, lief aber jetzt... jetzt schon besser. Also, eigentlich brauche ich bei ihm nur ablocken... und dann den Mikiri-Konter nicht vergessen. Achso, ja. Und bei dem muss ich springen. Okay, also bei dem... Ich muss springen, ich muss Mikiri-Konter machen... und ich muss... äh... einfach ablocken. Ich glaube, das kriege ich doch eigentlich hin. Das müsste doch eigentlich zu schaffen sein. So schwer ist das doch nicht. ... Whoa. Schmerz. restore. Schmerz. Achso. Ich bin keinCräh. Dalla. Schmerz. ... Esㅋㅋㅋㅋ Penny. Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, fuck Nein Ach, so kurz davor So kurz davor Es funktioniert schon, ne, also Ich frage mich nur, ob es nicht vielleicht schlauer wäre Dass wir ihn Zuerst abziehen Okay Es hat uns hier irgendwie überhaupt nichts gebracht Okay, komm Kriegen wir hin hier Kriegen wir hin Ja, die ist halt echt kein leichter Kampf Es ist kein leichter Kampf Nicht unter Druck setzen lassen Wir kommen, wir kriegen das hin Springen, Mikiri-Konter Springen, Mikiri-Konter Und Ähm Ja, ich war einfach jetzt zum Schluss mal wieder einmal zu gierig gewesen Hm? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Boah, ich wollte springen. Fuck. Boah, gibt's auch nicht. Hat er mich aber auch nicht einmal heilen lassen. Boah, ich weiß nicht. Boah, ich weiß nicht. Oh nein. Boah, ich weiß nicht. Boah, das gibt's doch nicht. Boah. Boah, das gibt's doch nicht. Boah, da hab ich da was für. Wartet mal. Und zwar... Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber... Wir probieren das mal aus. Boah, ich weiß nicht. Boah, ich weiß nicht. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. Das war's. Ey, was mach ich denn gerade hier? Nein, no, das gibt's noch nicht. So viele Fehler gerade, ey. So, erstmal Konzentration. Und jetzt aber hier, Junge, Gebetsperle erlangt, ey. Oh, Leute. Hui, wie viele habe ich denn jetzt? Wie viele Gebetsperlen? Äh, weiß ich gar nicht. Oh, ich habe aber schon Level 4 jetzt erreicht. Also ich kann nochmal 4 Punkte theoretisch ausgeben. Wie viele Gebetsperlen habe ich denn mittlerweile? 2 von 4. Aber erstmal regenerieren hier. So. Boah, das war jetzt wieder mal, das war so ein richtiger Beispielkampf. Für Sekiro. Und jetzt sterbe ich an dir, oder was? Wisst ihr was? Wir hauen ja einfach ab. Hm, da hinten ist abgerissen. Shit. Aber ich dachte, man kommt jetzt hier irgendwie weiter. Ich dachte vielleicht, man kommt hier weiter, nachdem man, äh, den Boss besiegt hat. Das ist jetzt ja ein bisschen ernüchternd. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Pui Achso, ja, ich weiß, wo ich lang muss, warte mal Ich glaube, ihr hättet ja schon die ganze Zeit lang gekonnt, oder? Ich glaube, den Bosskampf hättet man jetzt gar nicht machen müssen Ich hab ihn aber gemacht, weil ich so ne, äh, taffe Sau bin Fuck Ja, stimmt, hier musste ich ja jetzt lang als nächstes Ich musste ja wieder dahin zurück, wo eigentlich alles mal, äh, angefangen hat Vor vielen, ah Äh, vor vielen Tagen, Wochen, Monaten bei mir auf dem Kanal Mist Und irgendwie muss ich mich daran festhalten Wie ging das nochmal? So, mit X So Und hoch Diesmal kein Gegner hier Ah ja, und da unten ist Die nächste Figur Oh, freigeschaltet Rasten Ah ja, geheimer Durchgang, Schlüssel benutzt Ja, die Szene kennen wir ja schon Und hier sind wir dort, wo alles begann, eins Kurosama Shinobi des göttlichen Erben Es ist lange her Ich habe Die zweite sterbliche Klinge Ginichiro Wenn du glaubst, du könntest Ashinas Schicksal mit dieser Waffe ändern Dann ehrst du dich sehr Wolf Niemand hat ein Recht auf das Vermächtnis des Drachen Es gehört keinem Ich wünschte, es wäre anders Ist schon gut Ein letztes Mal Ja Beenden wir das Ich führe Ashina zum Ruhm Oha Ja, das ist es Deine Kraft Ich meine, okay, das kann ich halt auch, ne Einfach hier Klinge spammen Ich werde den Untergang von Ashina verhindern Auch ich habe eine Pflicht zu erfüllen Leb wohl Leb wohl Okay Es könnte so einfach sein Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt so einfach wird Okay, so Dann bin ich mal gespannt Wie dieser Kampf jetzt abläuft So Ja, den Dialog können wir eigentlich immer stimmen Ich führe Ashina zum Ruhm Ja, okay Da muss man echt aufpassen Wenn er diese Ja, das ist es Deine Kraft Auch ich habe eine Pflicht zu erfüllen Okay, das muss ich noch ein bisschen üben Bosskampf Gegen Genichiro Mal wieder Sozusagen Ich bin sehr gespannt Und verabschiede mich für diese Folge Wir sehen und hören uns wieder beim nächsten Mal Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Gehabt euch wohl Bebe Euer Hiyuga Hua ! 4 5